Jetzt müssen wir ein paar Meter hochlaufen und wieder zurück zu mir. Ist gut, ist gut, wieder zurück. Moment, schnell. Ist gut, und zügig runterlaufen. Zügig? Ja. Das ist gut, und dann nochmal auf mich zunahe, dann. Gut. Wir können gleich einen Sitz machen. Sitz. Ja, Sitz. Jetzt ist es, was man hier auch sieht. Ich sehe jetzt auch so viele Feinde. Man geht jetzt relativ stark auf die rechte Seite. Eben, ich habe auch gefühlt, links hat er wie ein Hulli. Komm, noch mal sitzen. Sitz. 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 Es ist langweilig da draussen. Scheissdreck sitzen. Dass er hier schon viel mehr ausgebeult ist als dort. Dann weisst du gerade sitzen, wenn er soll. Man sieht jetzt auch, wie er eigentlich sitzt das eigentlich.